Du hast noch 13 Minuten Zeit zu leben. Was möchtest du in diesen 13 Minuten alles erleben? Erleben? Jetzt von denke ich da an mich, weil ich egoistisch bin. Ich möchte der ganzen Welt sagen, dass ich sie alle liebe. Auch wenn sie Arschlächer sind. Ich bin selber ein Arschloch. Irgendwann ein geiles Arschloch. Ich bin stolz auf ein Arschloch zu sein. Arschloch sein ist schön. Was ich machen würde, weiß ich nicht. Ich würde vielleicht in den Anwalt gehen, spazieren gehen, mir die Natur ansehen, die Vögel, Rehe, alles was da so rumläuft. Die Grillen, Zirpen, das Gesammerm, das Hoche des Kuckucks. Das ist einfach schön. Wir Menschen sind ein Produkt der Natur. Wir müssen sie leben und lieben. Wir können nur im Einklang mit der Natur leben und im Einklang mit der ganzen Menschheit. Wenn ihr mir die drei letzten Schaufeln gebt, möchte ich mich dafür bedanken. Obwohl der Film, der hier abgelaufen ist, scheiße war irgendwo. Aber auch geil. Ob es schön war. Es war genauso schön, wie es auch scheiße war. Es war schön. Für welche Musik, für welche Band stirbst du? Ich sterbe für gar keine Band. Mit welcher Band bist du groß geworden? Mit den Beatles. Du liebst die Beatles? Natürlich. Nochmal zurück zu meiner Frage. Du hast doch 13 Minuten Zeit zu leben. Möchtest du in dieser Zeit nicht auch irgendetwas von den Beatles hören? Ja. Let it be. Okay. Ja. Danke. Dafür nicht, Bruder.